Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SPC, die es zu lösen gilt und wir fahren fort mit den Dänemark Landesspieler. Wir haben bereits Thomas Delaney gelöst und jetzt zum Schluss, da werden wir noch uns den Martin Braithwaite anschauen von Barcelona. Der hat eine Bewertung von 93, also ein ordentliches Upgrade und Kosten tut euch der Spieler ca. 130.000 bis 140.000 Coins. Das Ganze ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschrankungen vorkommen. Thomas Delaney, könnt ihr euch anschauen, das Video ist bereits veröffentlicht und zur Larsen SPC, da brauche ich kein Video machen, das ist relativ einfach, 83er Bewertung, geht er in eine Liga, am besten Serie A und dann füllt einfach dieses Team auf, aber hier vielleicht, da braucht ihr nochmal ein bisschen Hilfe und so sieht das Team aus, aber schauen wir uns erstmal den Spieler an. Braithwaite, ja der Däne, hat auf jeden Fall schon mal gute Trades, haben wir gesehen, haben wir uns schon spoilern lassen. Spezialbewegung, 4 Sterne, schwacher Fuß, 4 Sterne, Mittelhocharbeitsraten, das wundert mich für einen Stürmer, aber ist nicht so verkehrt, das geht absolut fit. Ich finde tatsächlich Hochmittel ein bisschen besser oder hochgering, muss man mal schauen, wie er sich spielen lässt, ansonsten ist er vielleicht auch interessant als ZUM, vielleicht mit Abfang oder so, kann man es mal probieren, wenn er nach gute Arbeitsraten nach hinten hat und seine Attribute sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, er bringt viel Tempo mit und ich schaue mal gerade, ja was könnte man der guten Braveway-Karte noch geben, vielleicht einen Hawk, um ihn nochmal ein bisschen schneller zu machen. Ja, Hawk würde vielleicht helfen, ja ich denke mal Hawk ist ganz gut, das pusht nochmal ein bisschen das Tempo, bringt es aufs Maximum und die Schusswerte gehen quasi nahezu, ja, Max, die Fernschüsse werden nochmal plus 10 gepusht, Schusspower, ja ist dann Max, Finishing ist dann auch Max, also ein Hawk wäre die ideale, äh, Campstyle-Lösung. Okay, und die Attribute, die haben wir uns bereits und schon spoilern lassen, Flair hat er und das sieht echt ganz gut aus und das sind die Bedingungen der SPC, La Liga, Santander mindestens einen Spieler, Team Gesamtbewertung 85, Team Chemie 55 und natürlich elf Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch, ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Das ganze Team könnt ihr 1 zu 1 problemlos nachkaufen, ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, legen wir los, let's go. Und damit haben wir diese Lösung bzw. diese SPC gelöst und Brave Raid wäre euer neuer Mann für euer Squad. Ich hoffe, er kann es verbessern. Äh, ja berichtet mir gerne, was ihr von der Karte haltet. Ich finde, für 93 bewertet, für den Preis 130.000 bis 140.000 Coins, da kann man nicht so viel falsch machen. Okay, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.